So Leute, da ist auch wieder Flo Bradley aus dem Homeoffice. Homeoffice und nachdem viele Leute sagen, du schreibst so viele Texte, 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 so viele Wörter, das ist viel zu anstrengend, du musst weniger Wörter verwenden, du bist ja schon viel zu alt für Hip-Hop und Rap. Naja, sag ich, okay, wie machen wir es? Ja, es ist so, dass zufälliger Lirt, das ist noch nicht veröffentlicht, eine Strophe hat, die jetzt passt. Und das ist halt, es ist ein Song für Männer jetzt, aber es können die Frauen, können es auf sich genauso ummünzen. Und das ist die letzte Strophe aus meinem noch nicht veröffentlichten Song Männerfreundschaft. Und leider, oder wie soll man sagen, passt es halt jetzt in die Zeit, aber es soll trotzdem aufbauend sein. Get a blues. Was ist jetzt wirklich? Eine Männerfreundschaft? Wie weit muss man weg sein oder wie nah? Wenn du einen hast, ich glaube, das gibt dir schon Kraft. Du, ich tue es jetzt. Ich nehme das Telefon. Wann für dir mal die Sonne scheint, ich bin allweil dein Freund. Wann für dir mal die Sonne scheint, ich bin allweil dein Freund. Wann für dich wieder die Sonne scheint, und für uns alle die Sonne wieder scheint, sind wir gute Freunde.